Am Ende eines Tages ist man immer schlauer, doch niemals schlau genug für den nächsten Tag. Von Johann Wolfgang von Goethe. Dem wird das Zitat meistens zugeschrieben und jetzt starten wir rein. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir haben gesagt, wir starten mit Zitaten hier rein und damit hat René jetzt schon mal gut reingestartet. Ihr merkt schon, wir sind zu zweit in der heutigen Aufnahmesession, aber nur kurzfristig. Wir haben es jetzt ein bisschen nach vorne verschoben. Benji kommt dann, für euch ist es dann die nächste Folge erst. Das ist ein bisschen komplizierter, ich erkläre das jetzt nicht. Auf jeden Fall Benji in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall dabei. Diese Folge sind wir wieder zu zweit und wir widmen uns wieder dem Thema Psychologie. Es kam das letzte Mal sehr, sehr gut an und auch ein bisschen zum Nachdenken. Und vor allem, ich mache immer so die paar Shorts, die online, oder stelle die halt online auf YouTube, auf TikTok und sowas. Die sind extrem gut angekommen. Also so die Passagen, was Trading und sowas anbelangt natürlich, teilweise echt viral gegangen, so mit 2.000, 3.000 Klicks. Das ist für, ich sage jetzt mal, Crypto-Content finde ich jetzt echt gut für meinen Kanal. Aber ist echt extrem gut angekommen. Deswegen werden wir auf jeden Fall das Thema Psychologie oder beziehungsweise René wird sich dem Thema noch ein bisschen mehr annehmen, weil ich bin da ganz eich, ich bin da ein Dulli, was das anbelangt. Und deswegen gebe ich ihm dann gleich das Wort. Nur die erste Frage schon mal von mir. Alles fit bei dir? Klappt alles? So weit. Alles sehr, sehr gut. Voll stressig, bisschen krank. Und man hat das Gefühl, man kommt so mit der Arbeit nicht hinterher und der Tag hat irgendwie nur 24 Stunden. Ich brauche locker 48. Da funktioniert irgendwas nicht. Wie sieht es bei dir aus? Hast du deinen Urlaub in Berlin genossen? Ja, Urlaub war es jetzt weniger. Also ja, war schon ganz gut, einfach mal auch mal rauszukommen und sowas. Ich bin eh so ein Fan, ich verreise gerne und sowas. Und jetzt noch mit einem Kumpel waren wir jetzt drei Tage in Berlin für alle. Ich glaube, wenn diese Folge online kommt, dann müsste schon dieser Vlog online gekommen sein. Ich habe so ein paar Videos gedreht auf der Messe und sowas, ein paar Eindrücke sowas festgehalten. War halt zu 99 Prozent irgendwelche Gaming- oder AI-Projekte. Ich vermute, die wirst du halt einfach nie wieder hören. Also ich denke, in zwei, drei Jahren wirst du nie wieder was von diesen Projekten hören. Und der Satz, der mir am meisten auf dieser Messe in Kopf geblieben ist, muss ich mich wegschmeißen, weil, pass auf, er hat sich vorgestellt mit Hi, I am Tom, I am Rich. Instant sind 50 Prozent der Leute, die in diesem Kinosaal waren, einfach aufgestanden und gegangen. Das hätte ich auch getan. Ja, wir waren dann, glaube ich, noch fünf Minuten da gesessen, haben uns das ein bisschen gegeben. Aber ey, ja, so viel zu der Messe, das fasst das eigentlich so ganz gut zusammen. Ja, aber ansonsten, alles fit bei mir auf jeden Fall. Und damit übergebe ich jetzt erstmal das Wort an dich, weil du bist hier der Pro, was Psychologie anbelangt. Überhaupt nicht. Ich bin ja der Meinung, ich bekomme noch das Buch, äh, Sigmund freut die gesammelten Werte. Dann können wir da auch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen insgesamt. Dann lese ich das auch sehr gerne mal. Dann muss ich mal gucken. Ich hatte das irgendwann mal gekauft, aber es ist mir abhanden gekommen, leider. Ja, na gut, sei es drum. Mein erster Einwand in dieser Folge ist erstmal, wir packen die Zitate nicht in die Begrüßung rein. Definitiv nicht. Das ist scheiße. Das ist so ein bisschen was. Lass die Community entscheiden. Erst Begrüßung machen. Ja, lassen wir die Community entscheiden. So, wenn ihr Bock habt, Zitate erst so ein bisschen nach der Begrüßung. Finde ich persönlich angenehmer. Einfach aus der Perspektive. Dann kann man einmal kurz über das Zitat so ein bisschen sprechen. Was kann man da rein interpretieren? Weil das hätte ich jetzt gerne nämlich auch wieder so ein bisschen von dir gehört. Wie beim letzten Mal auch. Was würdest du in das Zitat hinein interpretieren? Am Ende des Tages ist man immer schlauer, doch niemals schlau genug für den nächsten Tag. Was macht das Zitat so ein bisschen? Zitat würde ich, was steckt da so ein bisschen für eine tiefere Botschaft hinter? Naja, für mich wirkt es eher so, man soll sich nicht verstecken so in der Art. Man soll Sachen erleben. Also so fasse ich es jetzt halt. Ich mache das jetzt auf meine Ausfassung. Man soll Sachen erleben, weil danach ist man immer schlauer. Wenn man es gar nicht versucht, dann wird man niemals schlauer sein, so in der Hinsicht. Also so fasse ich jetzt gerade so ein bisschen dieses Zitat einfach auf. Ne, es spiegelt das Ganze sehr, sehr schön wider. Für mich persönlich ist es mein absolutes Lieblingszitat. Das habe ich auf Tradingview in meiner Beschreibung stehen. Das habe ich auf Telegram in meiner Beschreibung stehen. Ich glaube, auf Instagram habe ich es sogar auch in meiner Beschreibung stehen. Und das hat einfach damit zu tun, dass man niemals ausgelernt hat. Dass man niemals schlau genug ist, dass man sein Leben lang lernen soll, sich weiterentwickeln soll und dadurch natürlich halt auch so ein bisschen wachsen soll. So, jetzt würde ich sagen, wir starten so ein bisschen auch mit dem Psychologie-Thema rein. Manu kennt das Ganze. Ich improvisiere immer so ein bisschen. Ich mache mir keinen Zettel oder schreibe das Ganze so ein bisschen vor. Ja, überhaupt nicht. Ich erzähle das so Freestyle of the Head. Und ich habe mir für heute quasi zwei Überthemen ausgesucht. Und zwar einmal Eisberg-Modell kann man es auch nennen. Oder einmal natürlich auch das Ich, das Über-Ich und das Es. Das Modell von Sigmund Freud, wie der Geist ein bisschen aufgebaut ist. Ich weiß, es gibt einige Kritikpunkte an dem Modell. Es gibt aber in jedem Modell natürlich auch Kritikpunkte. Und ich finde es in vielen Punkten sehr, sehr schön veranschaulicht. Und das zweite Thema, worauf wir einmal so ein bisschen eingehen, ist einmal das Bewusste, das Vorbewusste und das Unbewusste. Von Anfang an müssen wir natürlich einmal so ein bisschen definieren, was ist das Ich, was ist das Es und was ist das Über-Ich. Kannst du dir darunter schon irgendwas vorstellen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, okay. Im Grunde kann man sagen, nee, ist ja auch völlig okay. Ist ja auch nichts Schlimmes. Wie fängt man damit an? Man hat ja quasi im Grunde immer so seine menschlichen Bedürfnisse nach Befriedigung, Essen, Rauchen, nach Rauchen, Zuckerkranke nach Zucker. Also Leute, die süchtig nach Zucker sind, nicht Diabeteskranke jetzt in diesem Fall. Das impliziert so ein bisschen das Es, diese Bedürfnisse, die man hat. Und das Über-Ich vertritt so ein bisschen die moralischen Vorstellungen, die die Gesellschaft einem vorgelebt hat, die man beigebracht bekommen hat. Und das kann man sich stellenweise auch so ein bisschen vorstellen wie Engelchen und Teufelchen auf der linken und rechten Schulter. Und das Ich sitzt dazwischen, das so ein bisschen vermitteln muss, um eine Entscheidung zu treffen. Denn wir stellen uns jetzt einmal an der Stelle diese Situation so ein bisschen vor. So, wir sind in der Wüste quasi, wir haben nichts zu trinken, wir sind am Verdursten und wir sind am Verhungern. Dann kommt uns ein anderer Mensch entgegen, der hat was zu trinken und was zu essen dabei, isst gerade schön lecker sein Sandwich und trinkt dabei einen richtig genüsslichen Tiefenschluck Wasser. So, jetzt kommt das Es in diesem Moment ins Spiel, was sagt, boah, ich will jetzt auch was trinken, ich will auch was essen. Das sind diese menschlichen Bedürfnisse so ein bisschen, die man halt einfach braucht. So, und das Über-Ich sagt dann so ein bisschen, nee, lass gut sein, komm nicht auf die Idee, da hinzugehen, ihn zu fragen, whatever dergleichen, ihm das Essen wegzunehmen. Denn er ist auch in der Wüste unterwegs, er braucht das Trinken, das Essen, bis er in die nächste Stadt kommt, definitiv. So, und das Ich ist dann so ein bisschen so dafür da, zwischen diesem Konflikt so ein bisschen zu vermitteln. Das Es möchte unbedingt das Essen und das Trinken haben, um natürlich das eigene Überleben zu sichern. Und das Über-Ich spricht dann so ein bisschen dagegen und das Ich findet dann, sage ich jetzt mal, den Kompromiss. So, der Kompromiss wäre jetzt in diesem Beispiel, wir gehen hin, fragen, können wir was abhaben? Sagt diese Person dann in diesem Beispiel, nein, wird dieser Konflikt noch wesentlich größer zwischen dem Über-Ich und dem Es. Denn das Es denkt sich dann auf der einen Seite, ey, wir klauen ihm einfach das Essen und das Trinken, weil wir unser eigenes Überleben sichern wollen. Und das Über-Ich sagt, nein, das können wir nicht machen. Und dann ist natürlich die große Frage, wie entscheiden wir uns so ein bisschen? Nehmen wir ihm das Essen weg, nehmen wir ihm das Trinken weg oder lassen wir es halt eben gut sein? Was das Ganze dann auch so ein bisschen sehr, sehr schön beschreibt, ist aus dem Buch von Roland Ulrich ist das gewesen. Das ist ein Börsenexperte, der hat ein Buch geschrieben über Trading-Psychologie. Da steht ein Satz drin, zwischen, boah, jetzt muss ich einmal kurz nachdrehen, mir fehlt ein Wort, das liegt mir gerade auf der Zunge. Wie heißt es denn? Zwischen Impuls und Reaktion gibt es einen Raum zur Entscheidung und in diesem Raum haben wir die Möglichkeit, unsere Entscheidung zu treffen. Und zwar zum Beispiel, man kennt das gegebenenfalls, wenn man versucht, aufhört zu rauchen oder auch in Bezug auf die Börse halt einfach so. Der erste Impuls ist quasi da, der Markt fängt an zu pumpen, das ist der erste Impuls, der dann quasi so in einem Trading-Anfänger oder in dir so ein bisschen vorgeht, sag ich mal. FOMO. Ich muss jetzt noch schnell hinterherrennen oder, ja, Freude, Impuls, der Markt pumpt, aber auch so ein bisschen diese Ungeduld und sowas vielleicht. Also so dieses, klar, du bist euphorisch in der Hinsicht, jetzt wenn man es mal auf Trading so bezieht, aber du hast auch Angst, du bist einfach so ein bisschen überhastet, so kann man glaube ich ganz gut sagen. Also ein bisschen zu euphorisch in dieser ersten Reaktion, sag ich jetzt einfach immer. Genau, wir sind gierig, wir haben so ein bisschen Angst, was zu verpassen und der Impuls ist da, okay, wir wollen auf den Knopf drücken und long gehen. So, das ist dann halt quasi der Impuls, der reinkommt. Das ist dann, sagen wir mal, so ein bisschen das S. Das Über-Ich sagt dann in diesem Moment, ey, nein, hab Geduld, guck dir den Chart an, was sagt dir deine Chart-Analyse? Und das Ich muss dann in diesem Moment quasi vermitteln, das ist dann dieser Raum, dieser vorstellbare Raum. Ich denke, das ist für einige so ein bisschen schwer vorstellbar. Aber das ist diese Zeitspanne, wo wir die Zeit haben, unsere Reaktion zu entscheiden, ob wir emotional handeln, hinterher springen oder ob wir es in diesem Moment einfach sein lassen. Oder ein anderes Beispiel dazu ist, wenn man versucht, aufhört zu rauchen. Und das hat man dann hier so ein bisschen mit der Zeit in seinem Kopf drin, hat man verinnerlicht, ey, ich möchte aufhören zu rauchen. Man hat dann noch so eine halbe Kippenschachtel da. Sagt man, okay, die rauche ich noch zu Ende, ist ja alles schön und gut. Wobei der kompromisslosere Entschluss wäre, okay, wir werfen sie einfach weg und lassen gut sein. So, das ist allerdings dann auch in diesem Moment sehr, sehr schwer. Und da haben wir auch wieder diesen Raum zwischen Entscheidungen. Auf der einen Seite wissen wir, ey, es wäre jetzt besser, auf die 5 Euro, die das quasi noch an Wert hat, wobei es im Grunde keinen Wert hat. Es kostet nur Lebenszeit von dir, wenn du dadurch krank wirst und Lebensenergie. Das wäre dann dieses Über-Ich. Und das S sagt, ey, ich habe dieses Bedürfnis, jetzt eine zu rauchen. Und dann haben wir diesen Raum an Entscheidungen, wo man dann innerlich in einem kleinen Konflikt steht. Jeder, der versucht hat, aufzuhören zu rauchen oder versucht aufhören, Süßigkeiten zu essen oder so. Das sind halt so ein bisschen meine Konfliktpunkte, daher kann ich das sehr, sehr gut beschreiben. Generell Thema Sucht halt, ne? Also egal, was man für eine Sucht hat, jeder kennt solche Situationen. Genau, und dann steht man ja quasi so ein bisschen in diesem Raum. Und dann ist es sehr, sehr schwer, diese richtige Entscheidung zu treffen. Oder sei es, wir gehen aufs Klo, packen Sandy raus und scrollen auf TikTok. Wir wissen alle, dass das nicht gut ist. Aber wir haben, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir diese Entscheidung treffen oder dass diese Dinge nicht gut sind, gibt uns das Leben, diesen Raum der Entscheidung zu sagen, ey, okay, ich lasse das Handy jetzt beiseite. Oder ey, ich nehme das Handy gar nicht erst mit auf Toilette oder sowas. Und das ist dieser kleine Raum, wo man die Entscheidung treffen kann. Und das ist quasi so ein bisschen das Es, das Ich und das Über-Ich. Und das Ich ist im Endeffekt ausschließlich das vermittelnde Objekt oder Wesen an der Stelle. Was sagst du zu dem all dem so ein bisschen? Was kannst du so daraus mitnehmen oder wo kannst du das so ein bisschen auf dich selber auch beziehen? Ich hätte jetzt eher so gesagt, weil du hast ja gemeint Über-Ich. Ich hätte sogar eher so gesagt, dieses normale Ich ist mehr so das eigene Ego so an der Stelle. Du hast ja das Beispiel zum Beispiel mit dem Menschen der Wüste oder sowas genannt, wo natürlich eine Seite sagt, ey, okay, du musst das eigene überleben. Andererseits, hey, der andere muss auch überleben. Und dieses Ich-Ding, dass das dann eher so nur an sich denkt, so diese Ego-Perspektive. Weißt du, was ich meine? So ist es ja immer so eher, gut, das kannst du jetzt beim Thema Sucht weniger sagen. Mach mal einfach mal das Beispiel rauchen. Klar, eines sagt, du hast jetzt hier noch eine Schachtel. Das andere sagt, ja, komm, schmeiß sie weg. Aber dieses Ich, weiß nicht, du bist ja noch nicht so in dieser Situation so vorbereitet. Du triffst, versuchst gerade diese Entscheidung zu treffen. Und dieses Ich ist doch dann eher so das, du bist jetzt gerade in der Situation, hast beispielsweise Bock, eine zu rauchen. Aber irgendwie so dein Gewissen sagt dir halt einfach, nee, komm, schmeiß die Schachtel einfach weg und dann so, nee, die eine noch so in dem. Weißt du, was ich meine? Deswegen hätte ich ja eher so gesagt, okay, diese Ich-Perspektive ist dann so diese Ego-Variante. Du musst einfach versuchen, so dein Ego ein bisschen zu überwinden. Weißt du, was ich meine? Ja, ist auch eine schöne Interpretation. Ich suche gerade mal, dann kann ich euch ein wunderschönes YouTube-Video dazu auch einmal sagen. Ich über Ich und Es. Gebt mal ganz kurz eine Sekunde. Es ist schon sau interessant, sage ich mal, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, weil es ist halt eine normale Situation. Also jeder kennt das, egal was für Sucht. Ich meine, Zucker ist eine Sucht für jeden, glaube ich, fast. Versucht mal eine Woche nur auf Zucker. Da kam, glaube ich, letzte Woche kam, glaube ich, sogar was auf ProSieben. Ich weiß nicht, ob du das guckst, da dieses Jenke oder so. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe es auch nur nebenbei verfolgt. Aber Zucker ist ja mittlerweile eigentlich so die größte Sucht fast auf der ganzen Welt. Also überhaupt mal Produkte ohne Zucker zu finden und dann zu sagen, ey, ich verzichte jetzt mal auf Zucker und sowas. Ey, da stehen dir aber Riesenklötze links und rechts. Und dann sagt deine Ich-Perspektive, oder würde ich jetzt halt so interpretieren, so mein Ego, würde dann so, ich habe es mal probiert, drei Wochen, glaube ich, komplett auf Zucker zu verzichten. Aber dieser Punkt in der Mitte, er sagt dann auch immer, ja, komm, das kann man noch und das und, ne, weißt du, was ich meine? Deswegen ist für mich so dieses Ich-Variante einfach nochmal das, was eigentlich komplett einfach überstimmt. Natürlich hast du links und rechts, wie du gesagt hast, Engel-Teufelchen. Aber so, du entscheidest es so am Ende, ne? Also du musst dann, die Ich-Variante muss es dann am Ende auch entscheiden und halt auch diesen harten Weg dann gehen, ne? Genau, und das ist wirklich nicht einfach in vielen Situationen. Ihr habt das Video jetzt mal eben rausgeguckt, rausgesucht. Es ist über Ich-Ich-Es bei Freud, psychischer Apparat, Ethik-Abitur von Samuel Jallailan. Er erklärt das wirklich sehr, sehr gut. Und er hat dazu einige, einige schöne Videos oder auch Ankerwissen dazu. Je nachdem, ob wir das in einem Short einmal einblenden, kann ich das auch einmal zeigen. Hier in dem einen Video sieht man als Thumbnail sogar das Teufelchen oder Engelchen als Beispiel. Sehr, sehr schön dargestellt. Und, ach scheiße, man sieht das ja nicht, man sieht ja nur meine Felskern, das ist ja doof. Ich kann es in den Schwarz vielleicht noch mit einbauen. Aber es kann sich ja jeder vorstellen, dieses Bild, Engelche Teufelchen hat einfach jeder im Kopf. Das ist ja auch nichts Unbekanntes, ne? Und allgemein dieses Thema Psychologie, das ist unglaublich faszinierend, was da alles hinter steckt, was in der Kindheit schon passiert, wie man da geprägt wird und was sich dadurch entwickelt. Es ist unvorstellbar. Es ist ein riesen, riesen Themengebiet. Es ist ein wunderschönes Thema. Allerdings, wir kommen jetzt auch nochmal so ein bisschen zum zweiten Teil. Das ist auch die Beschreibung von Freud. So viel gibt es dazu im Grunde auch nicht zu erzählen. Das unterteilt sich auch wieder quasi in drei Teile, drei Objekte nenne ich das Ganze mal. Wir haben einmal den bewussten Teil. Das ist so ziemlich der kleinste Teil unseres Gehirns, der das Ganze wahrnimmt und alles, was wir bewusst machen, bewusst erleben. Denn in sehr, sehr großen Zeiten unseres Lebens stehen wir einfach vollautomatisch auf Autopilot. Morgens aufstehen, Zähne putzen, duschen, Kaffee trinken, eine Rauchung, ab zur Arbeit fahren. Machen wir alles irgendwann unbewusst. Das sind alles totale Automatismen, die ablaufen. Routinen. Genau. Routinen auch. Und dann haben wir den vorbewussten Teil. Das sind sowas wie, ihr habt am 12. Dezember einen Termin als Beispiel jetzt. Den habt ihr nicht permanent in eurem Kopf fest, da denkt ihr nicht permanent dran. Aber wenn ihr euch versucht, so ein bisschen aktiv daran zu erinnern, okay, was steht nächste Woche an, habt ihr das im Kopf? Ah, am 12. Dezember habe ich einen Termin. Das ist das Vorbewusste so ein bisschen. Wir sind uns nicht ganz dessen permanent bewusst, aber wir haben es vom Hinterstübchen, würde der ein oder andere sagen. Und dann haben wir so ziemlich mit Abstand den größten Teil, das ist das Unbewusste. Das ist wirklich mit einem riesengroßen Abstand der größte Teil unseres Gehirns. Oder nehmt den größten Raum ein unseres psychischen Apparates, der unbewusste Teil. Denn wie viele Informationen habt ihr in eurem Gehirn, die einfach unbewusst sind? Das ist einfach unvorstellbar. Und das kann man auch sehr, sehr schwer so ein bisschen in Worte fassen, denn man weiß ja nicht, was man alles im Unbewusstsein hat. Allerdings gibt es Methoden, so ein bisschen dahinter zu kommen, was für unterbewusste Verlinkungen man hat. Das können halt natürlich Psychotherapeuten besonders gut, Psychologen, Psychiater und so weiter und so fort. So, und das kann man da so ein bisschen als Beispiel nehmen. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel aus dem Buch einfällt. Genau. Nehmen wir einfach das Beispiel, ein Pärchen streitet sich. Okay. Sie zerstreiten sich und wunderbar. Frau möchte alleine sein nach dem Streit und einfach so ein bisschen runterkochen. Und dann am nächsten Tag ist alles wieder gut. Mentalität so ein bisschen. Okay. So, ich persönlich finde es halt absolut ungeil, weil man geht nicht zerstritten ins Bett. Ist einfach für mich so eine ungeschriebene Regel. Absolut. Das ist, das ist einfach. Aber gut, sei es drum. Soll ich dich, kann ich dich nochmal ganz kurz unterbrechen? Weil dann würde ich Benji jetzt noch mit reinlassen. Sorry jetzt für, für die Unterbrechung. Stört dich das? Mann, ey. Ich habe hier nicht im Streit geschrieben, bleib draußen oder so hier. Jetzt habe ich dich verwirrt. Jetzt hast du mich verwirrt. Nein, ich habe geschrieben, er soll reinkommen. Ich lasse ihn kurz rein. Sorry, Podcast-Hörer. Ich lasse ihn kurz rein. Kannst auch rausschneiden zur Not. Ah. Moin, moin. Sorry, ich musste jetzt einen günstigen Zeitpunkt finden, um dich jetzt hier mit rein zu integrieren. Weil du warst erst für die nächste Folge eingeplant. Sorry. Ja, wenn ihr mal spontan die ganzen Termine verschiebt. Sorry, sorry. Okay, du darfst weitermachen. Benji, wir quatschen dann danach. Nee, machen wir erst mal ordentlich. Benji, wie geht's dir? Alles gut, sowas? Ja, alles gut. Kann mich nicht beklagen, ne? Und bei euch? Super. Sind wir jetzt schon auf Sendung, oder was? Ja, wir sind auf Sendung. Oh, okay. Ja, wir sind mitten am Aufnehmen. Wir sind in der zweiten Psychologie-Folge so ein bisschen drin. Kurz für dich auch einmal ganz kurz als kleine Zusammenfassung. Im ersten Teil haben wir ein bisschen über das Ich-über-Ich-und-Es-Modell des psychischen Apparates von Freud gesprochen. Klar, an dem Modell gibt es natürlich auch immer so ein paar Kritikpunkte, aber welches Modell hat das nicht, ne? Das Atommodell von Nils Bohr hat auch Kritikpunkte. So, jedes Modell. Aber zum Greifen ist das immer sehr, sehr schön zu erklären. Und jetzt gerade haben wir uns so ein bisschen mit dem Thema befasst, Bewusstes, Vorbewusstes und Unbewusstes. Und jetzt gerade erkläre ich so ein bisschen eine kleine Verlinkung ins Unterbewusstsein an einem exemplarischen Beispiel. Und das Beispiel lautet, Pärchen zerstreitet sich. Quasi Frau ist so ein bisschen Typ A, ich will nach dem Streit einfach meine Ruhe haben, schlafen gehen, zocken gehen, whatever. Und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Und der andere Part, der Mann möchte darüber reden und nicht zerstritten ins Bett gehen. Jetzt kommt er so ein bisschen ins Spiel. Woher kommt so ein bisschen diese Differenz? Diese Differenz kommt dann so ein bisschen, dass die Frau eine Verlinkung so ein bisschen ins Unterbewusste hat, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend in vielen Fällen alleine gelassen wurde. Das ist jetzt ein sehr, sehr hartes Wort, aber sich viel um sich selber kümmern musste, alleine mit ihren Problemen klarkommen musste und alleine alles so ein bisschen verarbeiten musste. Deswegen möchte diese Frau, diese Person dann in diesem Moment nicht den anderen Kontakt haben und das Ganze quasi einmal ausdebattieren. Und die andere Person, um der wurde sich dann, oder um den Mann in diesem Falle, mit dem wurde sich dann so ein bisschen auseinandergesetzt in der Kindheit, wenn Streit war und Pipapo und Tralala, dass ich hingesetzt wurde, darüber wurde geredet und dann wurde das Thema geklärt und man geht nicht zerstritten ins Bett. Daher kommen so ein bisschen diese Verlinkungen ins Unterbewusstsein. Ich finde das auch sehr, sehr schwer irgendwie verständlich zu erklären. Ist das denn verständlich angekommen bei euch? Ich finde es auf jeden Fall verständlich, weil ich das auch schon sau oft so gehört habe. Ich meine, Kindheit hat extrem viel Auswirkungen, vor allem unterbewusst. Und da bin ich auch eher ein Fan davon, dass man sich, aber das mache ich, bin ich jetzt auch ehrlich, das mache ich auch erst so seit, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahren, dass man sich damit auch mal so ein bisschen so beschäftigt, was es in der Kindheit passiert und sowas. Und das erklärt dir dann auch so ein bisschen, warum du dann auch so ein bisschen als Mensch halt bist oder was du heute so bist. Und deswegen kann ich das Beispiel gut nachvollziehen. Also von meiner Seite aus absolut verständlich. Also du willst im Grunde genommen darauf hinaus, dass die menschliche Psyche, beziehungsweise das so, wie man im Erwachsenenalter ist, dass das häufig darauf zurückzuführen ist, wie man quasi als Kind groß geworden ist, was einem als Kind quasi beigebracht wurde, so nach dem Motto, was Händchen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr oder wie der Spruch geht. Ja, wobei ich diesen Spruch absolut verabscheue. Ich finde ihn eklig. Aber im Grunde hast du halt viele Verlinkungen zu deiner Kindheit, woher gewisse Verhaltensweisen und so einfach kommen. So, nicht alle natürlich, Verhaltensweisen kann man anpassen und es ist genauso schwer, sich eine Verhaltensweise abzugewöhnen, wie sich eine neue anzugewöhnen. Ist derselbe Mechanismus in diesem Endeffekt. Ja, genau. Im Grunde fasst es das sehr gut zusammen. Ja, genau. Deswegen gibt es ja auch diese, dass wenn man zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir, was vielleicht jetzt nicht das Beste ist, aber was mir gerade so in den Kopf kommt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Kampfsportart oder so lernen will und wenn man aber dann anfängt, sich das irgendwie beizubringen, aber irgendwie halt sich das nur so leihenhaft beibringt, also so vielleicht nicht so ganz nach Lehrbuch. Man fängt dann an irgendwie, man geht dann irgendwo professionell zum Training und dann hat man ja auch immer diese Coaches, die einem dann sagen, ja, die arbeiten lieber mit Leuten zusammen, die es gar nicht können, wo sie quasi von null anfangen können, jemandem das beizubringen, als jemand, der es sich schon selbst irgendwie falsch beigebracht hat, weil wenn du irgendwas schon falsch gelernt hast, ist es ganz schwer, sich einmal eine falsch gelernte Sache wieder abzugewöhnen. Dann wieder, und die zu überschreiben mit dem, wie es dann richtig geht, weil du ja dieses muskuläre Gedächtnis auch hast irgendwie, ich habe ja mal jongliert und das ist im Prinzip wie mit Fahrradfahren, irgendwann kannst du es einfach, weil deine Muskeln, ich weiß nicht, wie nennt man das? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle, muskuläres Gedächtnis oder so heißt das doch. Das meine ich auch, würde ich jetzt aber auch nicht drauf schwören. Wie bitte? Aber definieren, würde ich jetzt nicht drauf schwören, dass es so heißt, aber ich meine auch, ja. Achso, ja, so, jedenfalls wissen wir, wovon ich rede, das ist schon mal gut, hoffentlich unsere Zuschauer auch, aber es gibt halt dieses antrainierte Gedächtnis, was dann so quasi übergeht in, quasi, wenn du einmal als Kind Fahrradfahren gelernt hast, dann kannst du es halt einfach, du kannst es dann auch nicht mehr wirklich verlernen. Klar, du kannst deinen Skill ausbauen und dann, was weiß ich, irgendwie Mountainbiker werden und irgendwelche krassen Trails in den Bergen dann fahren, die vielleicht nicht jeder Anfänger dann fahren sollte, aber so ein gewisses Grund, so ein gewisses Grundgerüst vom Fahrradfahren wirst du nie verlernen. Du wirst nicht von heute auf morgen aufs Fahrrad steigen und auf einmal nicht mehr Fahrrad fahren können, einfach weil das so in dieses, ja, wenn es jetzt so heißt, muskuläre Gedächtnis übergegangen ist. Ja, und so ähnlich ist das auch beim Trading. Ja, genau, und so ist das eigentlich bei allem. Das ist ja auch das, was in den ganzen Filmen immer, also wenn man jetzt zum Beispiel Karate Kid oder so nimmt, wo er einem dieses Putzen, wo er erst das Auto da putzen soll und im Grunde genommen trainiert er ja da schon diese Bewegung, durch diese Putzbewegung trainiert er im Grunde genommen diese Abwehrbewegung später für seinen Karate. Und okay, weil ich meine, das ist klar, das ist jetzt ein Film, das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt da in dem Film natürlich, aber im Grunde genommen ist das das, ne? Könnte man, denke ich, so definieren, ja. Das ist halt natürlich, wie du sagst, auch schon Filmwesen natürlich, ganz klar, das ist so ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, genau, das meinte ich ja. Ich komme jetzt nochmal so ein bisschen zu dem Punkt, weil ich das gerade eben dieses, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr so vehement abgeschmettert habe, ist, ich vertrete das einfach nicht. So, weil ich denke, jeder ist in der Lage, sich zu ändern, zu bessern, sich gewisse neue Sachen anzueignen oder eben nicht. Desto älter man wird, desto schwieriger wird es das, wenn man irgendwann an einem gewissen Wissensstand einfach stehen geblieben ist, wie man hat Schule, Ausbildung gemacht und bildet sich danach nicht mehr weiter. So, dann rostet das Ganze natürlich so ein bisschen ein und wenn man dann später versucht, nach 10, 15 Jahren nochmal was Neues zu lernen, wird es natürlich immer schwieriger. Wenn man kontinuierlich dabei bleibt, sich was beizubringen, dann fällt einem das auch wesentlicher, einfacher. Ein letztes Beispiel habe ich sogar noch und der ein oder andere wird das jetzt auch so ein bisschen skeptisch beurteilen. Es kommt sogar so ein bisschen aus der Bibel und dahinter stecken ja schon 2000 Jahre Prägung im Grunde, weil es 2000 Jahre lang so in unserer Gesellschaft verankert gewesen ist einfach. Und in der Bibel steht zum Beispiel, du sollst Vater, Mutter ehren. Worauf können wir das jetzt so ein bisschen beziehen, diese Prägung? Wenn wir uns, das kenne ich aus dem Bettkantenkreis, dass sich gewisse Menschen nicht wirklich um ihre Mutter so ein bisschen gekümmert haben, sondern sie ignoriert haben, liegen gelassen haben, nicht wirklich viel gemeldet, nicht regelmäßig gesehen und und und. Und als die Mutter dann leider Gottes dahingeschieden ist, in diesem Moment fängt das an, rückwirkend richtig weh zu tun. Dann hat man Gewissensbüsse, dann denkt man sich, oh, hätte ich doch mal mehr Zeit mit ihr verbracht, wäre ich doch mal da gewesen und und und. Und da hat man dann auch so ein bisschen diese Verlinkung ins Unterbewusstsein oder auch in diesem Punkt zum Über-Ich, was so ein bisschen das Gewissen darstellt. Ey, ich habe mich nicht um meine Mutter gekümmert und jetzt klopft das wieder so ans Hinterstübchen an und man merkt das Ganze dann wieder und hat deswegen Gewissensbüsse. Und das ist quasi so mein Abschluss gewesen zu diesem Thema. Aber gut, bei dem Beispiel jetzt muss man natürlich, das kannst du jetzt nicht so auf die Allgemeinheit so beziehen, weil es kommt immer so drauf an. Es gibt auch Psychopathen, die kein Über-Ich haben. Nee, ich meine nur so, es kommt ja auch ein bisschen so auf die Familienverhältnisse an. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Situationen, wo du mit Familienangehörigen bewusst keinen Kontakt mehr eigentlich haben willst, weil irgendwas vorgefallen ist. Und natürlich kann man da auch sagen, ey, spring über deinen Schatten und sowas. Aber ich würd es sich so auf die Allgemeinheit, also grundsätzlich ja, soll es Mutter, Vater ehren, bin ich absolut bei dir, dass ein gesundes Familienverhältnis oder auch ein gesundes Verhältnis auf jeden Fall zu den Eltern auf jeden Fall bestehen sollte, außer, und jetzt kommt eben so die Begründung, wenn halt irgendwas Spezifisches vorgefallen ist. Ich glaube nicht, dass dann irgendwann dein Unterbewusstsein sagt, oh, hättest du vielleicht doch mal mehr Zeit verbracht. Weißt du, was ich meine? Da haben wir halt so ein bisschen den Teil der Statistik in der Psychologie. Du kannst es nie auf alle beziehen, das funktioniert halt eben nicht. Was halt auch so ein bisschen Bauernpsychologie ist, man schließt sehr, sehr häufig von seinem eigenen Innenleben auf das Innenleben anderer und das ist halt meistens nicht korrekt. Klar gibt es, sag ich auch mal, immer diese Ausnahmefälle, wo, sag ich mal, jetzt ein Extrembeispiel, ich drücke euch allen da draußen die Daumen, dass es bei euch nicht so ist, Mutter ist, sag ich mal, schwer drogenabhängig, Messi kümmert sich um gar nichts, hat euch in der Jugend, Kindheit vernachlässigt, whatever an der Stelle und ist auch immer noch so in der Drogenszene, Dieter-Szene oder whatever drin als Extrembeispiel jetzt. Dann, denke ich, kommt dieses Ausnahmebeispiel so ein bisschen zum Tragen. Im Regelfall sollte man das Ganze als gegeben hinnehmen und da hat man dann halt auch nicht das unbedingt, was einem nur in der Kindheit und Jugend gelehrt wurde, sondern was 2000 Jahre Prägung einfach hinter sich hat, weil es 2000 Jahre lang quasi im Grunde so gelebt worden ist. Und deswegen meldet sich dann halt das Hinterstübchen wieder, das Über-Ich und sagt, hättest du mal. Wobei, also da müsste ich jetzt nochmal einhaken an der Stelle. Ich meine, ich verstehe schon, worum es dir geht. Dir geht es im Grunde genommen ja nur darum, das Über-Ich zu erklären, so wie ich das jetzt auffasse und du machst das anhand eines Beispiels fest, was jetzt eventuell nicht das beste Beispiel ist. Aber okay, wir nehmen es mal, ich nehme es jetzt persönlich mal einfach so hin, aber auf der, an der Stelle, wo du sagst, dass es jetzt seit 2000 Jahren so gegeben ist, das ist, das stimmt nicht so ganz, weil man hat festgestellt, dass es dem Baby komplett egal, ob du die Mutter bist oder sonst wer, solange du das Baby halt am Anfang ernährst und ihm beim Überleben hilfst. Und du bist derjenige. Ja, ist ja quasi Mutter. Und das ist halt meistens die Mutter, natürlich, ist ja, ne, in den meisten Fällen ist es die Mutter, aber in einem Fall, wo zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hast, hier die Mutter, was weiß ich, die ist drogenabhängig oder es gibt genug Mütter, die sind überfordert, die geben ihr Kind ab, ne, diese sogenannten Waisenkinder, die werden dann halt von irgendwelchen Hebammen oder Leihmüttern großgezogen oder so, da hat das Kind dann diese Bindung zur leiblichen Mutter nicht. Wo ich dir recht gebe. Ja, aber dann zu der Ziehmutter dann in diesem Fall höchstwahrscheinlich. Ja, natürlich. So, dann ist es halt nicht zur Leihmutter, aber grundlegend ist es ja das Prinzip, dann bezeichnest du die Leihmutter ja auch in erster Linie so ein bisschen mehr als Mutter, wenn sie ab deinem ersten Lebensjahr... Genau, aber ich wollte damit nur sagen, dass die theologische Mutter nicht unbedingt der, der die Bezugsperson Nummer eins sein muss, sondern die Bezugsperson Nummer eins ist für ein Kind immer diejenige Person, die dafür gesorgt hat, dass das Kind überlebt, weil das Kind kann am Anfang alleine nicht überleben, also am Anfang ist gut, die ersten Jahre kann so ein Kind nicht überleben, also das dauert ziemlich lange. Hast du natürlich recht, ist natürlich so immer so ein bisschen diese Schnittstelle dahinter, ne, es gibt immer so ein bisschen diese Abweichung, die man halt einfach nicht vermeiden kann, aber ich denke dieses Grundprinzip dahinter ist so ein bisschen klar geworden und wurde verstanden und das ist das, worum es mir so ein bisschen geht, denn viele Themen aus der Psychologie sind für einige sehr, sehr schwer greifbar und auch sehr, sehr schwer verständlich und wird auch sehr, sehr selten vermittelt und an der Stelle muss ich nochmal sagen, ich finde es unwahrscheinlich schade und ich finde es eine riesen, riesen, riesen Schande, dass Psychologie noch nicht an unseren Schulen als Pflichtfach entstanden ist, weil wenn du das so ein bisschen in die Pflicht der Schule auch gibst, als Pflichtfach kann man viel mehr für sich selber einstehen und sorgen emotional, als wenn es die Eltern versäumen, einem beizubringen, weil sie es selber nicht gelernt haben, weil sie sich selber mit dem Thema nicht befasst haben und und und. Denn wenn man, sag ich mal, so Sätze hört in der Kindheit, wenn man sagt, Papa, ich habe aber Angst oder Mama, ich habe aber Angst oder whatever an der Stelle, man bekommt dann, das ist eines der fatalsten Sätze, die es gibt zu hören, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist aus meiner Sicht ein Satz der absoluten Schande, weil was vermittelst du in diesem Moment dem Kind gegenüber, sowohl bewusst als auch unbewusst? Punkt A, es kann nicht auf seine Gefühle hören, Punkt B, seine Gefühle sind falsch. Und was entsteht daraus? Langfristig gesehen eine verzerrte emotionale Wahrnehmung und das ist absolut nicht gut. Ja, also ich finde, Psychologie ist ein verdammt wichtiges Thema und es sollte sich auch jeder ein bisschen damit so befassen. So, wenn Zeit da ist, es schadet auf jeden Fall nicht, weil man sich auch ein bisschen so als Mensch wieder einerseits besser einschätzen kann und man als Person auch viel über sich dann einfach noch lernen kann. Einfach auch, es ist egal, wie alt man ist, vielleicht bereut man dann auch manche Entscheidungen so, was man vielleicht in der Vergangenheit oder irgendwelche Sprüche etc. pp. Oder versteht dann auch so vielleicht sein Gegenüber ein bisschen deutlich besser. Nur würde ich, das hast du nämlich vorhin so schön gesagt, niemals von eigenen Problemen auf fremde Probleme so übergehen. Weißt du, was ich meine? Dass du jetzt sagst, hey, ich bin so, deswegen musst du jetzt auch so sein. Das muss jeder für sich selber einfach rausfinden und deswegen ist, bin ich voll bei dir als Psychologie, ist verdammt umfangreiches Thema, was aber auch sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, ist halt die Frage, ob du das in der Schule schon, gerade weil es ja auch so kompliziert ist, ich meine, das kannst du halt studieren, ob das dann schon in der Schule unbedingt, ich meine, ab wann willst du das, also für die Grundschule wäre es auf jeden Fall zu früh? Nein, gerade in der Grundschule kannst du anfangen. Es sind ja, du musst ja nicht mit diesen riesigen, komplexen Themen in der Grundschule anfangen. Es sind ja, ich habe letztens so ein schönes Instagram-Video oder TikTok-Video gesehen, wo die, ich glaube, das war Grundschule oder Kindergarten oder so, wo die auch so ein schönes Lied zusammengereimt haben darüber, meine Gefühle sind wichtig und richtig. Alleine da, man fängst du ja schon an, dem Kind so ein bisschen beizubringen und zu vermitteln, dass seine eigenen Gefühle richtig sind. Das wirkt so Sätzen dann halt entgegen, ach, stell dich doch nicht so an oder sowas jetzt an der Stelle. Es müssen ja nicht die überkomplexen Themen sein. Ja gut, aber das ist doch halt eine spielerische Art und Weise, wie es dann, da muss ja dann nicht ein ganzes Fach draus werden. Ich meine, es reicht ja dann, wenn man da mal so, so wie du das jetzt gerade erklärt hast. Ich meine, das wird ja immer wieder mal so unbewusst, wird das ja auch behandelt, wenn man, was heißt ich, Vertrauenslehre hat, wo man sagt, ey, ihr könnt zu uns kommen, wenn ihr ein Problem habt zu Hause, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, die Frage ist halt nur, ob die Lehren dahinter, ob man da jetzt ein komplett eigenes Fach draus macht. Nee, also ein komplettes Fach ist schon heftig, aber ich sage jetzt mal, es sollte mehr thematisiert werden. Ja, da wäre ich wieder dabei, dass man da sagen könnte, dass man da, aber so wie René das gerade ausgedrückt hat, hörte sich das für mich so an, als würde er ein komplett eigenes, ein komplettes Fach nur zu dem Thema sich wünschen, weil ganz ehrlich, das sehe ich nicht, da sehe ich nicht so, weil es geht auch viel, zum Beispiel kann man ja auch Philosophie wählen, also man kann ja, also bei mir war es zumindest so. Ja, aber es sind dann ja erst zum Beispiel so Wahlpflichtfächer, die du irgendwann in der höheren, im höheren Gymnasiumsbereich bekommst. Also bei uns war es. Zum Beispiel auf der Realschule, Hauptschule hast du es halt quasi so null. Naja, das wollte ich ja gerade. Du hast überhaupt nicht gelehrt. Okay, das, 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 das weiß ich, das weiß ich nicht. Ich kann nur von, ja, ich kann ja immer nur von meiner persönlichen Erfahrung reden, aber bei uns war das so, wenn du Religion abwählen wolltest, also Religion war quasi Pflicht, aber wenn du gesagt hast, okay, ich will Religion nicht, dann musstest du Philosophie stattdessen nehmen. Also war das schon quasi so ein Entweder-Oder. Bei uns hieß das Ethik. Aber das haben meistens nur die Schüler halt gemacht, weil das, aber auch so, muss man auch fairerweise so verklickert wurde, eher so für alle, die halt jetzt keine Christen sind, die müssen halt jetzt Ethik machen. Und so, ne, also es waren halt bei uns die ganzen Leute, die halt islamischen Glauben haben, jüdischen Glauben haben, die waren halt dann bei uns in Ethik und sowas. Und das wurde bewusst, muss ich mich auch mit reinklammern, ich habe das bewusst damals nicht gemacht, weil mich hat Religion, so in der Schulzeit hat es mich nicht interessiert. Aber ich wollte nicht nachmittags im Unterricht bleiben, weil meistens war der Ethik-Unterricht nachmittags, ne. Das war der Grund, warum viele, oder ich sage jetzt mal 99 Prozent, das halt dann nicht gemacht haben, ne. Das ist halt auch ein falscher Ansatz, weil ich finde auch Ethik, ähm, eigentlich so in dem Sinne ist es vielleicht sogar besser als immer so dieses, ja, evangelisch, katholisch und diese ganze Aufgliederung, ne, dann lieber alle in Ethik. Ich glaube, das ist, äh, für viele sogar sinnvoller heutzutage. Weiß ich nicht. Das ist jetzt so eine, ist meine Meinung dazu. Du, ich würde lieber in Ethik gegangen sein. Also, ich habe tatsächlich mal beides gemacht. Nee, erzähl, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur kurz einwerfen. Ähm, ich habe mal beides gemacht. Ich habe erst Religion gehabt. Ich fand Religion sowas von stinklangweilig an der Schule. Trocken. Und, ähm, ich bin halt auch in einem, ähm, also meine Eltern sind gläubig, also vieles von dem kannte ich halt auch einfach schon von Haus aus. Und irgendwann habe ich halt Religion auch abgewählt und habe dann Philosophie gemacht. Und das war dadurch, dass wir da einen sehr kompetenten Lehrer hatten, war das sehr interessant. Und da gab es halt auch diese ganzen freudschen Lehren, ne, und von diesem Unterbewusstsein. Und ich meine, das ist ja schon in unserer Sprache so drin, dass man sagt freudscher Versprecher. Wenn sich jemand versprochen hat und man so merkt, ah, okay, der hat sich jetzt versprochen, ne, aber in seinem Unterbewusstsein, ähm, hat er das eigentlich gemeint, das, was er da gesagt hat. Ähm. Unsere Sprache verrät uns. Wie Polizist hält dich an? Haben sie was getrunken? Ja, ein Bierchen. Und schon musst du pusten. Sagst du, ja, ein Bier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nicht pusten musst. Echt? Ja. Weil wir es verniedlichen. Ach so. Aber jetzt mal kurzer Einwand an der Stelle. Ihr seid beide auf dem Gymnasium gewesen? Ne, Realschule. Okay. Ja, ich war, hab mich aber wie auf der Hauptschule. Oder Gesamtschule. Ich war auf dem Gymnasium, ja. Ne, ich war auch auf der Realschule, hat sich angefühlt wie eine Hauptschule. Wir hatten das bei uns auch, wenn wir Religion abgewählt haben, hatten wir entweder Philosophie oder Ethik und das ist zu 95 Prozent quasi halt auch ausgefallen. Daher ist das vielleicht bei euch auch so ein bisschen mehr thematisiert worden als bei mir, deswegen würde ich es mir halt quasi so ein bisschen als Fach wünschen. Und ich bin immer in Religion geblieben, weil das ist halt mal eben eine geschenkte eins auf dem Zeugnis, die du dir halt einfach nicht hingehen lässt. Da musst du dich ein paar Mal melden, bisschen Texte vorlesen. Wenn gefragt wird, wir lesen Texte, ich lese vor, wunderbar, feiern. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht in solchen Fallgemeinerungen. Das hängt von der Schule und von dem Lehrer vor allen Dingen ab. Das hängt ganz stark vom Lehrer ab, also bei uns wirklich auf der Schule überall, jedes Fach, wo du keine Klausuren drin schreibst, einfach melden, Fragen beantworten und vorlesen und ein bisschen aufpassen. Und die Eins ist überall geschenkt gewesen bei uns. Das würde ich jetzt auch nicht so bestätigen. Das hatten wir, glaube ich, damals in der Schulfolge. Ich weiß, das war doch eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Es kommt immer auf den Lehrer und auch so ein bisschen, ob dich der Lehrer mag oder ob er dich nicht mag. Es gibt auch Fächer, da kannst du dich tausendmal melden und am Ende hast du eine Wenn dem Lehrer deine Nase nicht passt. Richtig. Zum Beispiel bei mir. Wir schweifen ab, wir schweifen komplett ab. Ja, wir schweifen ab. Ja. Hast du noch was zu sagen, René, oder? Ich würde sagen, wir sind ready. Wir sind durch? Perfekt. Also ist doch ein bisschen länger geworden, als ich jetzt gedacht habe. Wir sind jetzt bei 40 Minuten, ist auch krass wieder. Aber wir können uns halt, deswegen werden wir die Themen immer mal wieder so aufgreifen. Psychologie werden wir uns öfters mal drüber unterhalten, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Vielleicht bringen wir die Leute ja auch ein bisschen dazu, dass sie sich ein bisschen mit sich selber mehr beschäftigen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder für alle Zuhörer da draußen auf jeden Fall. Für alle, die es auf YouTube sehen, für alle, die es auf Spotify, die ganze Streamingportale einfach hören. Wir haben mittlerweile mehrere hundert Zuschauer. Das freut mich sehr auf jeden Fall, dass der Podcast immer, immer besser ankommt bei euch da draußen. Auch wenn wir mal Streitigkeiten, was die Themen anbelangen, so was außen, so hat man ja vor zwei, drei Folgen mal so ein bisschen das Thema. Freut es uns trotzdem, denke ich. Und unterstützt uns gerne mit auf jeden Fall einem Like, einem Abo, teilt den Podcast, was weiß ich auch, was immer. Und damit würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, weil, wie gesagt, die Folgen kommen ja immer freitags raus. Und die letzten Worte, würde ich sagen, hat Benji, weil er mittendrin dazu gestoßen ist. Wie hab ich? Okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ich bin überhaupt nicht drin in diesem Thema, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da ist hier René, unser Experte, der das wohl mal studiert hat für eine Zeit lang. Und von daher, glaubt ihm einfach, was er sagt. Nein, glaubt niemandem. Hinterfragt immer alles und seid eure eigene, eure eigene, seid immer vorsichtig, was ihr wem glaubt. So. Als hätte ich es gewusst, als hätte er es gewusst, dass ich das jetzt gerade direkt kritisieren will. So, jeder kann sich irren, hinterfragt alles ein bisschen. Lest es selber nach. Dior, do your own research. Und auch von meiner Seite her, ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, immer ein bisschen Freude und Liebe verteilen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.